Ja, nachdem am gestrigen Donnerstagnachmittag im Kasseler Stadtteil Wesertor zwei tote Personen in einer Wohnung in einem Apartmenthaus gefunden worden sind, haben die Kollegen des zuständigen Kommissarjats 11 der Kasseler Kripo die weiteren Ermittlungen bislang geführt. Und es ist so, dass wir nach derzeitigem Ermittlungsstand davon ausgehen müssen, dass zum einen keine dritten Personen da beteiligt waren an möglichen Tathandlungen und zum anderen, dass der 19-Jährige, später tot in der Wohnung gefundene Mann, zunächst die 19-Jährige tötete und danach sich selbst das Leben nahm. Wir wissen aufgrund von Zeugenaussagen mittlerweile, dass die beiden in der Vergangenheit und gerade zuletzt dort gemeinsam gesehen worden sind. Insofern können wir davon ausgehen, dass sich beide bekannt waren. Die genauen Verhältnisse kennen wir derzeit noch nicht abschließend. Insofern erhoffen wir uns jetzt nochmal auch Hinweise zu bekommen. Also wenn es Personen gibt, die einen der beiden näher kannten, dann würden wir darum bitten, sich bei den Kollegen zu melden, dass wir da vielleicht nochmal einen näheren Aufschluss dann über die tatsächlichen Lebensumstände der beiden bekommen können. Es ist so, dass wir derzeit davon ausgehen, dass die Frau mittels scharfer Gewalt zu Tode kam und dann der 19-Jährige offenbar auch auf diese Art und Weise sich das Leben genommen hat. Wir haben gestern auch ein entsprechendes Tatmittel in der Wohnung sicherstellen können, dass als Tatwaffe in Frage kommt, ob dieses dann für die Verletzungen ursächlich ist und ob die Verletzungen dann letztlich auch zum Tode führten, soll die Obduktion dann abschließend klären, die heute durchgeführt wird und aktuell noch andauert. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.